Hi! Hi! Hallo! Fotografen muss fotografiert werden. Ja, das ist richtig. Ja. Ich bin da zum Fotografieren gekommen, ja? Ja, das ist gut. In der deutsche Richtung und ich hab noch einen Finger. Ich wusste nicht. Warte! Sehr ehrlich! Hi! Herr Herrlin, das Buch gebe ich Ihnen übermorgen. Guckst du, die Sachen anfangen die Seite, ja? Gut! Ah! Wohin gehst du rum? Ich kann gar nichts mehr aufmachen! Ja, mach das! Das ist guter Kurs. Weiter, sehr gut. Ja, wo? Ja. Ja, wo? Ja, wo? Wann geht denn? Na duschen? Ja, alle! Ich will auch duschen!